Spendesk ist die führende Ausgabenmanagement-Software für moderne Finanzteams. Aber was bedeutet das genau? Die smarte Lösung kombiniert Firmenkarten, Spesen, Rechnungen, Genehmigungen, Budgets, vorbereitende Buchhaltung und Reporting – alles an einem Ort. Aber konzentrieren wir uns zunächst auf die Rechnungen. Die pünktliche Bezahlung von Lieferantenrechnungen ist von entscheidender Bedeutung fürs Geschäft und bewahrt sie vor Verzugszinsen. Spendesk hilft Unternehmen, ihre Rechnungen einfach zu digitalisieren, von der Bestellung bis zur Bezahlung. So zentralisieren sie alle Lieferantenrechnungen in einer Lösung. Mitarbeitende haben drei Möglichkeiten, eine Rechnung einzureichen. Sie können ihre Rechnung per E-Mail weiterleiten, mit dem Smartphone einscannen oder über die Spendesk Desktop-App hochladen. Spendesk extrahiert alle wichtigen Informationen und prüft auf Fehler oder Duplikate. Der Budgetverantwortliche genehmigt die Rechnung, das Budget wird in Echtzeit aktualisiert. Dank Automatisierung vermeidet das Finanzteam kostspielige Fehler und spart Stunden an manueller Arbeit. Alle wichtigen Details sind bereits ausgefüllt und müssen nur noch kurz überprüft werden. Der CFO kann die Zahlung für später planen oder bezahlt die Rechnung direkt von Spendesk aus. Eine klassische Überweisung über die Hausbank ist ebenfalls möglich. So werden alle Lieferanten pünktlich bezahlt und der Zahlungsabgleich automatisiert. Tausende von Unternehmen setzen bereits auf Spendesk, um ihr Rechnungsmanagement zu automatisieren und Zeit und Geld zu sparen. Wie wäre es mit einer umfassenden Lösung für Ihr Ausgabenmanagement? Erfahren Sie mehr auf spendesk.com